Wow! What the fuck is that up here? Woohoo! Party Art! Was geht's, Freunde? Mein Name ist Lothitz, D-D-D-Danny, B-B-B-Bernit Willkommen zu einem neuen Video von mir und zu einem neuen Zub-Snickers-Eyes-Beast Und Giorgio ist auch mit am Start, sag mal hallo! Hallo meine lieben Freunde auf meinem Kanal und natürlich auch auf Dannys Kanal! Ja, gerade sind wieder die Aufnahme von Giorgio abgeschmiert, aber das Gute ist, dass wir kein Spiel gemacht haben Ja, deswegen haben wir auch keine XP bekommen oder so etwas Selbst wenn sowas passieren sollte mal, dass irgendwie ein Part mal nicht hochgeladen werden kann, dann machen wir die Runde trotzdem danach Also wenn mal irgendein Fail passieren sollte, dann machen wir trotzdem eine Runde, ein Video noch mehr dazu, ne? Vor allen Dingen das Ding ist, man kann es halt manchmal einfach nicht kontrollieren, die Technik macht halt manchmal Fehler So, es liegt noch nicht was an mir und das regt mich halt am meisten auf Weil es nicht an mir liegt und, ähm, ja, man dafür bestraft wird Ja, alles klar, aber ich habe mir heute eine Waffe erstellt, äh, eine Klasse erstellt und dann wird die Honey Badger Ohne Aufsätze war ich nicht, doch, ich habe das Geld sogar dazu Wisst ihr was, wir nehmen noch den, ne, Vordergriff kostet zu viel, vier, scheißegal Eine Pistole, gut, die habe ich, da kümmere ich mich erst mal nicht so drum, äh, die Killstreaks habe ich geändert Und zwar habe ich, habe ich den Heli mitgenommen, statt den Juggernaut, wie das heißt Und, äh, wir zocken heute ein richtig geiles Spiel Moment, 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 ich habe meine Waffe auch geändert, ey, der ist so egoistisch, ne? Der ist so egoistisch hier, der Junge Also, ich habe mir die FAD geholt, Freunde, mit Vordergriff und hier Vollmantelgeschoss Wie heißt das denn hier eigentlich? Panzerbrechend heißt es hier Und, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die FAD ist Also, die wollt man schon öfters empfohlen, auch von euch in den Kommentaren FAD Auf jeden Fall danke dafür FAD? Ja, die FAD Okay, ihr könnt mir mal sagen, was ist eigentlich euer Lieblingsspielmodus? Also, ich finde aufgepusht übelgeil Aber ich muss sagen, dass, äh, Blitzangriff, weiß nicht, also ich habe das jetzt noch nicht so gezockt Aber Giorgio sagt, das ist extrem geil so Ist auf jeden Fall nice Boah, wir haben hier einen Prestige 1er bei uns drin Ja Wo, wie jetzt? Prestige 1er, wie jetzt? Ja, der Robinho Robinho Äh, man kann auch gar kein Prestige machen, Digga Man muss jede einzelne Person auf Level auf 60 bringen Da gibt es kein Prestige, glaube ich Doch, da gibt es Prestige, ähm, M kostet auch schon Prestige Hm, keine Ahnung, haha, ist mir auch egal Was hältst du von der Map? Ähm, Wideout Habe ich noch zu wenig gespielt, um wirklich ein Fazit darüber zu bringen Aber ich finde sie eigentlich nicht so geil Ne, ich finde die auch nicht so toll Die ist einfach über 7 weiß Über 7 hell Und es ist wirklich Die ist auch übelst groß, Alter Ja, die ist extrem groß auch Aber ich, ja Ich möchte euch noch kurz was zum Blitzangriff sagen Es ist, ähm, das neuere Capture the Flag Und, ähm, es ist auf jeden Fall richtig nice Weil es gibt halt zwei Gruppen Die einen sind am Spawn und schützen den Punkt Und die anderen laufen halt durch Also echt wie Capture the Flag damals Ist auf jeden Fall gut gemacht Und man muss halt nicht so lange warten, bis man, wenn man tot ist Das ist auf jeden Fall das Gute daran Ja, ich glaube sogar auch, dass, ähm, das eigentlich tausendmal besser ist, wenn man so mit Freunden spielt Dann kann man sich so absprechen und so, ne Ja Viel besser Also, was muss ich jetzt machen? Ich muss, ich hab da Ich muss die Flagge nehmen hier, oder was? Ah, ich muss einfach da reinlaufen, oder was? Da kommt jemand Da kommt jemand Zwei Stück Oh, der hab ich geholt Der hab ich geholt, hab ich geholt Hab ich geholt Du musst bei den reinlaufen, Digga Was? Bei dem muss ich da reinlaufen, ne? Ja, zu dem roten Okay, alles klar Das wird extrem schwer sein, Alter Da kommt einer von rechts Da muss man sich auch ein bisschen rumschleichen Ja Wird ziemlich schwer sein, weil die verteidigen jetzt bestimmt So, wir, wir führen schon mit eins Ja Da unten ist die nächste Ich seh das jetzt So, da muss man warten Und jetzt komm Zack, nächste geholt Hast du geschafft? Ja Gut, 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 gut Ich bin sehr stolz auf dich Du kriegst das Dickerseis nach dem Spiel Aber ich hab noch keinen Gegner gesehen Aber es ist auch hier egal Hier geht es eher mehr darum Sich durchzufuchsen Hier gibt es zwei Runden Das gibt es acht Welches Team als erstes bis acht kommt Der, ähm Hat die erste Runde gewonnen Digga Wenn ich wüsste, dass es so ist Dann hätte ich eine andere Klasse mitgenommen Ich hab die voll falsche Klasse für diesen Spielmodus Man muss schnell rennen können hier Ja, das auf jeden Fall Ja, das hättest du mir auch sagen können Weil ich wusste das ja nicht So, ich hab das nächste geholt Ja, du hast ne Klasse, damit du dich schnell rennen kannst, ne? Hab ich nicht Echt nicht? Nein Ja, ich kann jetzt gar nichts machen quasi Weil, ne? Ja, dann bist halt der Derjenige der schützt Ja, ich bin einer der schützt Okay, lass 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 Kannste schafften Schada Hey, Schada Oh nein, 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 nein Ah, scheiße, Alter Wo versteckt er sich hinter dem Baum, der Weihnachtsmann? Das ist echt Missgeburtig, Alter Dass Ich einfach die falsche Klasse mit dabei habe Du hättest echt mir sagen sollen, dass ich dir die falschen Sachen mitgenommen habe Aber woher sollst du das wissen, ne? Alter Ey, das kriegt ein Hitmarker, Hitmarker, Hitmarker Ich guck die ganze Zeit immer auf mein Elgator, ob der was abschmiert Aber sieht bis jetzt gut aus Dieser Modus ist eigentlich ziemlich geil So, man, weißt du Man muss aber erstmal, ähm Vor allem, man muss auch ein bisschen taktischer vorgehen Da oben ist einer am rumpimmeln Ja Ey, was ist das denn? Der schluckt ohne Hände Und das bei Ghosts, Leute Guck mal Alter Ich steine da rein, ich steine da rein, ich steine da rein, ich steine da rein Nein, 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 zwei Gegner, zwei Gegner Was ist denn los, Alter, was ist los mit meiner Connection? Ey, warte mal Man sieht den Ping hier gar nicht Ja, dann würde ich jemand den nicht Alter, das ist ja richtig scheiße Ich hab grad bestimmt den sechsmal in den Kopf geballert und der war nicht tot Und das bei Ghosts, Digga Digga, ich hab die total falschen Klasse Wir sind aber am, wir müssen gewinnen, Digga, wir müssen unbedingt gewinnen, Alter Ich versuch's doch Ich versuch jetzt durchzurushen Ja Digga, ich hatte es fast geschafft, Alter Aber dann konnte ich nicht durch Fenster klettern, Alter Hat mich schon wieder übel angepisst Achtung, feindliche Vorräte Da, oh, da kommt zwei Digga, hinter dir Was? Hinter dir Hinter mir Vor mir, neben mir, Digga Rechts, links, überall, Alter Ich renn mal hier rein, fiel mal weiter Auf jeden Fall Den hab ich geholt, den hab ich geholt, den hab ich geholt Den hab ich geholt Ich hab ne, ich hab ne Dingser Setcom Ich pack die mal hier hin einfach Mir jetzt egal Obwohl, man sollte die ja immer irgendwo hin tun, wo man nicht so gesehen wird Ich werd sitzen, NEIN Digga, mich schützt auch kein Schwein, Alter Ich versuch hier die ganze Zeit zu schützen, Alter Du stehst doch hier hinten bei uns im Spawnen, ich seh dich doch gerade Wie willst du da schützen, Digga Digga, ich lauf jetzt rein, ne, ich lauf rein, ich lauf rein Nein, 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 nein Es steht doch 5, 4, 6, 3, 2, 1 Digga Oh, what the fuck, wieso kann ich nicht Erst jetzt Jetzt Durch Oh, 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 oh Und der Junge wurde teleportiert, Alter Wir sind bei Dragon Ball Z Geil, Alter Ich hab's geschafft, Alter Aber scheiße, Digga, guck mal Die laufen auch immer bei uns, ich werde verteidigen, Digga Das nervt mich, ich will nicht verlieren, Alter Komm, das können wir schaffen, Giorgio Gib dein Bestes, okay Die Zeit wird knapp Oh, ja, das war knapp Doggy, Doggy Flex Flex kann ziemlich viel helfen, Digga Weil wenn ich getötet bin, dann Nein, lass mich Ja, ja, Digga Gut, 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 gut Jetzt müssen wir die Stellung halten Komm, mach weiter, mach weiter, mach weiter Ich laufe Alter, ich hab echt nichts zum Sprinten Komm, Gegner, komm, Gegner Digga, bist du am Schützen? Naja, ich bin am Schützen Ja, nein, 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 nein Nein, nein Digga, wie schützt du denn? Er ist durchgekommen Digga, ich kann doch nicht alle schützen Ich bin der Einzige Digga, jetzt schützt, Alter Jetzt reicht's mir Ich werd noch rein, dann Ich werd rein, dann Ich werd rein, dann Digga Du schaffst es, du schaffst es, oder? Ja! Ja, ja, ja Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir Nein! Also das ist halt Ich find den Modus übelst geil Ich lauf jetzt auch nochmal rein, okay? Ja, ich schütz dann hinten Komm schon, komm schon Digga Ja, ja Hast geschafft, ja Aber das ist die erste Runde Jetzt kommt die zweite davon Ohhhh Und hab ich gefreut, Alter Aber ich hab mich übel gefreut Weißt du wieso? Warum? Weil ich es Ähm, die letzte Sekunde Wirklich die letzte Sekunde Noch geschafft habe Soll ich da rumlaufen Wie ein Blindflicht noch zum Schluss, Alter? Was? Ne, ne, nicht gut Ich werd auch übelst unrasiert, Alter Sieh aus wie so ein Penner Alter Schweder ist das Spiel, Mo, das ist echt geil, Alter Muss man sagen Und du wolltest das erste nicht spielen, ne? Ja, ja Ja, ich find's aber auch Hier in diesem Spiel Ziemlich geil so die ganze Zeit Ähm Wie soll ich sagen So taktisch zu spielen Nicht immer nur auf Score, Score, Score Was ich meine? Ja, find ich auch mal gut Wie gesagt, wir müssen Wir gehen halt wirklich nach der Reihe Dann machen wir nicht so Äh, nee Wir nehmen das nächste Übernächste Nein, wir wollen natürlich Dass es echt in der Reihe geht Ist natürlich sehr wichtig Ja Ja, scheiße Jetzt wurde mein Kill geklaut Guck mal, ich wusste nicht Für nächstes Spiel Nehme ich viel bessere Killstreaks mit, Alter Echt? Ich hab eigentlich fast Eigentlich so richtig scheiße Sachen mit Ich lauf jetzt hier hinten rum Das ist ihm schützt Ich gestör das Aber erst mal so schlecht Nein, 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 nein Oh, scheiße Die haben mich gesehen Ich weiß zwar nicht wie, aber ist ja auch egal Wir sind immer noch gewinnen, Leute Entweder, entweder Die FAD ist so schlecht Oder meine Connection ist grad übel schlecht Die FAD, ich glaub, bin nicht so stark Die ist ziemlich schwach Ich nehm jetzt mal ne andere Waffe Ich nehm wieder die Vector, die Standardklasse Weil die gefällt mir grad übertrieben nicht Also was empfiehlt ihr mir für ne Scheiße? Nein, Spaß Ja, ist klar, Alter Scheiße, Digga, die haben's geschafft, Alter Ey, das nervt mich, das ist grad übertrieben Komm, Digga, wir müssen rein da rushen Rein rushen, Digga Ja, ich lauf von hinten So Das ist übertrieben schwer rein zu rushen, Alter Ja, guck mal, die scheiß Geschütze Digga, es reicht mir Es reicht mir Ich werd die scheiß Geschütze jetzt ausschalten, Alter Wo ist das Geschütze? Da oben auf dem, auf dem, auf dem Schiff Er snafft übertrieben, Alter Ich versuch das zu kriegen Nein! Ha! Hier, ich brauch echt, ohne Scheiß Ich brauch echt, äh Ich hab echt die total falsche Klasse genommen Das ist echt die Oh, Alter Wie wird nicht jetzt geschaut? Ich hab das Geschütze auf jeden Fall am Arsch gemacht Guck, was in der Waffenkiste ist Ja, ja Oh, ne Sniper, okay, alles klar Verdammte Scheiße, die schützen das extrem, Alter Gar keine Chance 8 zu 8 8 zu 8, Digga 8 zu 8 Wow, 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 wow Wir müssen schützen, wir müssen schützen Ey, wo war der denn? Ah, der kam von hinten Ich komm, ich lächel dich, ich lächel dich Ich lächel dich Ich lächel dich Nein! Ah, verdammte Scheiße Es klappt jetzt gar nicht im Moment, Leute Weil ich einfach total die falsche Klasse Oh, Alter, die schützen so perfekt Die schützen richtig gut, Alter Verkackt, ey Hm, ich glaub aber Hm, ich glaub aber Wenn wir auch gegen Team spielen, dann haben wir sowieso keine Chance Ja, aber noch schützen 8 zu 8 Ich glaub die schützen Alter, das kann doch nicht sein, dass ich die so spät erst sehe Jetzt reicht Oh, dieser Typ, der Digga, wir müssen die flankieren, Alter Wir müssen die flankieren Das nervt mich über Team Scheiße, die kriegen jetzt eins Feind eingedrungen Fuck, Alter Wir müssen unbedingt, unbedingt Oh Hinter mir Ey, das kann nicht wahr sein, Alter Das kann echt nicht wahr sein Was für den Score hab ich? 20 zu 16 Scheiße, Alter Ich hab 6 zu 12, Alter Aber weil ich die ganze Zeit auch durchwashe Scheiß mach den Score Hier in dem Modus geht's nicht um Score, Digga Der hab ich geholt Komm schon, den muss ich auch holen Den muss ich auch holen, ey Komm schon, Danny, 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 Danny Irgendwas stimmt hier nicht gerade, Adair Ich raste gleich richtig aus Digga, wir müssen das schaffen, Alter Die verteidigen alle zu gut, Alter Digga, wir müssen echt, äh Eigentlich müssten wir mehr Leute hier reinbringen in dieses Digga, ohne Spaß aus der Hüfte sprayen Ist okay Ja, hier in dem Spiel, ja Ja, was macht der da? Ist der behindert, Alter? Vor allem die Map, äh Oh, hab ich mich erschreckt, Alter Nein! Ernsthaft, Alter Digga, wir sind am gewinnen Scheiße, Digga, die sind am gewinnen Wir haben keine Chance Wir haben keine Chance Digga, komm, ey, Digga Ein Kill, was laberst du da? Wir haben keine Chance Wir schaffen das noch Komm, Digga, komm reinrushen Ich versuche jetzt hier ein bisschen mal darauf zu achten, ey Digga, wir sind zwar nur eine Tumen Army, ne? Aber wir können es trotzdem schaffen Weißt du was? Ich werde jetzt, ich werde jetzt extrem flankieren Oh, diese Killstreaks! Digga, du hättest mir sagen sollen, was es hier geht, Alter Ich hab die alles falsch mitgenommen Gar nichts hab ich richtig mitgenommen Alles Scheiße, ich glaub, die werden jetzt extrem verteidigen Die hab ich aber weggeholt Und dieser Camp, na Keine Chance, Digga Keine Chance Ja, die werden jetzt wieder reinspringen Keine Chance, Alter Nicht, lass die nicht reinspringen Lass die wenigstens nicht reinspringen Scheiße, er kommt, er kommt, er kommt Scheiße, da sind zu zweit Einen konnte ich wegnehmen Ja, ich hab den anderen weggenommen Ich hab den anderen weggenommen Scheiße, die gewinnen Komm, Digga, hoffentlich ist das einer rein Komm, einer aus unserem Team Komm schon, Leute, komm Komm, 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 komm Hoffentlich ist einer auf dem Weg oder so Keine Ahnung Komm schon Komm Ja! Nein, 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 nein Doch nicht, hab ich nicht Das war ein Gegner, Digga Nein! Ich freu mich immer so, Alter Guck mal Ich hab mich das erste Mal gefreut Dann sagst du Ach, Danny, es gibt noch eine zweite Runde Habe ich mich das zweite Mal gefreut Ach, Danny, das war ein Gegner Oh, Mann, Digga Bei mir ist jetzt schon wieder Ergato schmiert schon wieder ab Die ganze Zeit am Haken, Alter Echt? Ja Ich frag mich, was los ist Ach, Digga Ja, Leute, das erste Spiel haben wir gewonnen Man kann nicht immer gewinnen War aber ziemlich spannend, muss ich sagen Auf jeden Fall Ich hab noch eine Runde, ne? Ja Ja Ja, jetzt werde ich mir auf jeden Fall eine bessere Klasse erstellen Aber weißt du was? Digga Warte mal kurz, Alter, bei mir ist hier grad wieder alles abgeschmiert Ich werde mir jetzt nämlich eine neue Klasse erstellen, Leute Und diese Klasse Also ich werde mir andere Pürks nehmen wahrscheinlich Weil das kann nicht sein, Alter Das kann nicht sein Warte, geh mal kurz raus Geh mal kurz raus Okay So Ich werde mir in der Zeit eine andere Klasse erstellen, ja? Auf jeden Fall Kannst du machen, ja Okay Und zwar nehme ich die Ähm Warte, ich muss schneller rennen können, ne? Ich hab sieben Trupppunkte, okay Was ist das hier? Unbegrenztes Sprinten Das müssen wir schon mal kaufen Mehr kann ich auch nicht kaufen, so wirklich, Leute Aber ich muss Sachen nehmen, mit denen ich ziemlich schnell bin Ja, kann ich alles nehmen Ganz gut, Leute, super Ähm, und dann um richtig schnell zu sein Werden wir jetzt noch eine Ähm, eine MP nehmen Und zwar nehmen wir die Vector Ja, die Vector ist geil Digga Nächstes Mal werden wir gewinnen, Alter Ich werde jetzt auch mehr Objectives so spielen Weil einfach, ähm Es hat echt keinen Sinn, Alter Es hat echt keinen Sinn, wenn man immer nur auf Auf, ähm Auf, ähm Auf, ähm Kills geht Soll man natürlich auch Ist ja nicht die Frage, ne? Aber dazu hat man ja Team-Deathmatch und sowas Ja, klar, wie gesagt Also da ist es definitiv so Also bei mir ist jetzt gerade wieder Bildaufnahme irgendwie ein bisschen rumgespackt Ich starte jetzt auf einmal Ich starte jetzt wieder neu Ich weiß nicht, was los ist, Alter Okay Ähm, was mit der Elgato los ist Oder ob es an der Software gerade liegt Ich weiß es nicht Ich habe auf jeden Fall das neueste, neuesten Patch Aber egal Ich starte jetzt, wie gesagt, dann musste man halt in der Zeit nur mein Face sehen Ähm, ja, okay, dann können wir jetzt weitermachen Warte Oder ich gucke jetzt gerade auch nach einer Klasse Warte Dann nimm auf jeden Fall Marathon mit und sowas Ja, ich gucke gerade Ähm Blinderer Nein, nein, nein Marathon habe ich noch nicht frei Okay Okay, weiter gehts, ne? Ja, egal, ich kann nichts machen Ja, okay, weiter Okay, noch eine Runde Blitzangschiff Vor allem dieser Blitzangschiff dauert auch ziemlich lange, ne? Auf jeden Fall Finde ich aber ziemlich cool Es ist auch auf jeden Fall auch geil, aber ähm Was mich wieder abfuckt ist wirklich Ja! Die Map, Alter! Die Map! Ich liebe die Map, Alter! Geil, Alter! Da kannst du auch in den Dings, äh, KM, äh, K Ach KM Strike KM Strike, genau Ich will das immer K-I-M nennen, Alter Aber es heißt KM Strike Ja, das wird irgendwie K-E-M geschrieben Ja Aber keine Ahnung, Alter, voll komisch irgendwie Weiß nicht Ich freu mich, Alter, Leute Ich liebe Strike Zone Richtig eine richtig geile Map, meiner Meinung nach Gefällt mir sehr, sehr gut Die ist auch schön klein, definitiv Ist schön klein, ist schön kom- äh, kompatibel Ich weiß nur, warte, wer hat das gesagt? Kompitabel, das hat Nico gesagt Kompitabel? Kompitabel, sagt Nico so Das ist Nicos Sprache Auf jeden Fall Blitzangschiff macht ziemlich Spaß Aber weißt du was? Wir müssen echt mal ein Team erstellen So ein Clan am besten Weißt du? Ein Clan? Ein Clan von so coolen Leuten, Alter Die mit uns spielen Okay Ja, können wir auf jeden Fall mal machen Gerade für solche Sachen Oder bei Suchen zerstören oder so Ich glaub, guck mal, den Abonnenten gefällt das, wenn ich den hier mache Naja, glaub ich nicht, Digga Doch, doch, sagt, ob es euch gefällt oder nicht Schreibt's in die Kommentare, Freunde Oder ob es euch eher gefällt, wenn ich so mache Digga, ich bitte dich, Alter Mein Schlabber, Schlabber, Schlebi Ist viel besser als dein Schlabber, Schlabber, Schlebi Niemals, Digga Entschuldige dich sofort, Alter Nö Okay, ich bin ziemlich schnell, Digga Vor allem... Ne, mit der Pistole bin ich gar nicht schneller als mit der Sub-Machine-Gun Aber ist egal Ich werde jetzt seinen Rushen, Alter Nicht mit mir, Alter Nicht mit mir! Ja! Der erste Kill! Oh, der kam von hinten, Alter Wie konnte so schnell da sein? Oh, da klagt mich jemand an Hab ich auch geholt Naja, kommt jetzt einer Na, warte Oh, komm! Neun, 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 neun Ja, dieses Mal gewinnen wir, Alter Ja, Digga, wir sind ja schon hier, schon wieder am Campen Alle Campen bei denen im Spawn, Alter Alter! Jetzt musst du warten Aber die auch, die Campen Digga, die Campen in unserem Spawn Und wir Campen bei denen im Spawn Was ist denn da los, Alter? Scheiße Ich hab die bisschen unterschätzt, Digga Echt? Naja, ich hab die bisschen unterschätzt Warum? Ja, weil die Campen auch bei uns Digga, nicht nur wir Campen bei denen, die Campen auch bei uns, Alter Scheiße Aber richtig scheiße Ja, die haben sogar noch Die haben es, um ehrlich zu sein, sogar noch besser als wir, Alter Warum? Weil, weil, äh, weil, äh, weil, 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 weil darum Alles klar Das ist natürlich sehr aussagekräftig, lieber Danny Wo sind die denn, Alter? Ah, da ist der So, nein, der Dogi, Alter Das ist echt schwer hier bei den ganzen Gängen, Alter Wir müssen echt schützen Ah, verdammte Scheiße, ich nehme lieber den anderen Weg, ja Digga, ich bin eigentlich eher so ein Angreifer Ich bin nicht so ein Verteidiger Ich finde das überlangweilig zu verteidigen, um ehrlich zu sein Ja, ich auch Ich liebe es anzugreifen Ich bin halt, ja, oh, den wollte ich messern Aber wieder auf 6 Kilometern, Giorgio Ja Fail of the week Bester Spawn ever Bester Spawn ever Wieso? Ja, ich bin hier genau vor deinem Gesicht gespawnt Ah, kommt keiner Ne, kommt keiner Doch, da kommt einer, da kommt einer Ich geh jetzt hinten rum, ich werd auf jeden Fall Ah, da ist einer Die Connection ist nicht so gut in dem Spiel Nein, ist überhaupt nicht gut, Digga Ich krieg hier irgendwie Ja Irgendwie kein Tod Das dauert immer übelst lange Ja, so Oh, da kommt einer, da kommt einer Und rein, juhu Ja, ich kämpfe hier in dem Spawn Ich kämpfe hier in dem Spawn Wow, so viele, Alter Die kommen jetzt alle von hier Komm, 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 komm Den hab ich geholt, Alter Oh, nein, 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 nein Nein, Alter, das war echt knapp Ah, die kamen von allen Seiten, Alter Das ist echt super, Alter Ist mir aufgefallen, die Connection ist nicht so gut, er laggt Es laggt, ne? Ja, ja, es laggt Nein! Er mästert mich einfach, ernsthaft, Digga, ernsthaft Guck mal, wie lange ich auf den schieße, Alter, Leute Guckt es euch einfach mal an, ey Alter Schwede Komm, Digga, oh, 7 zu 2 Der kann sich aber ganz schön schnell ändern, weißt du wieso? Ach, 7 zu 2 hier, okay Ja Das kann sich eh schnell ändern, Digga Das kann sich extrem schnell ändern, weil Dann haben die mal die bessere Seite So Boah, dein Glück, Alter, den hätte ich noch weggewixt Geil, das ist geil, Leute Ich liebe es, Alter Ach, ich finde den Modus auch über Teams nice Der macht echt eigentlich übelst Bock, oder nicht? Ja, der macht irgendwie Spaß, ja, ja Aber mit Team macht es mehr Spaß mit dem Team, finde ich Ja, aber ich finde auch jetzt so, auch wenn man alleine spielt, man kann auch eigentlich gut ganz alleine was reißen Echt, denkst du? Ja, doch, Digga Ohne Scheiße, wenn du alleine gegen ein Team spielst, in diesem Spielmodus Digga, das ist in jedem Modus so Egal, ob du alleine gegen ein Team spielst, hast du eigentlich immer verkackt Egal in was für einem Modus, selbst bei Team Deathmatch Ja, stimmt eigentlich auch Ja, du hast recht Du hast vollkommen recht, ja Okay, ich habe eine Satcom, hoffentlich hat jemand auch noch eine Satcom Boah, Alter, wir haben die übelst zerstört, 8 zu 2, ne? Ja, aber jetzt werden die uns zerstören, glaub mir mal Glaube ich nicht Doch, glaub schon, Alter Naja, Digga, ich halte das im Gerücht Doch, Digga, ich glaube schon, Alter Weil, guck mal Ähm, ich will jetzt optimistisch sein, ne? Aber die haben ein viel besseres, ähm, die kommen viel besser reinkommen als wir Aber wir müssen das halten, wir müssen das halten Ich versuche jetzt über links zu laufen Digga, ich versuche auch hier drüber, ich versuche die zu plakieren Geraden hin, geraden Habe ich ausgeschaltet? Habe ich ausgeschaltet? Habe ich ausgeschaltet? Bist du drin? Nein! Ja! Aber, Digga, das ist auch schwer, Alter Die machen das, die, äh, kämen da über Team rum Was auch okay ist Naja, in dem Spielmodus kann man drüber Zack, Jungs! Hinten zwei geholt, durchgelaufen Tritt, Alter Richtig geil grad bei mir Man muss von hinten kommen, das checken die gar nicht So, geschafft! Geschafft Satcom, 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 Satcom Ich habe auch einen Satcom Ich habe auch einen Satcom Satcom, Alter, what the fuck Los, Satcom, flieg! Satcom, mach Herdner, los! No Ich habe keine Dings da, Granate da Ja, der will zerstören die gerade richtig Oh, Scheiße Geil! Wir haben Blackbird Was? K, I, M, Strike, wer hat das? Ne, aus der, aus der Box, aus der Box Hoffentlich ein Teammate halt Ja, ist von unserem Teammate, glaube ich Ja Wow! What the fuck geht das ab hier? Wuhuuu! Party Art! Da 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 Ah! Los, Danny Village! Ah, Scheiße! So, Alter! Ah, zwei Abschüsse! Easy! Ah! Ah, der kämpft da! Oh, kleiner Camper! Was soll das? Wieso kämpfst du denn, du Lappen, Alter? Oh, was willst du, Alter? Geh mir aus dem Gesicht, Alter! So, da ist einer! Ich liebe die! Wachhund! Wachhund! Attacke! Ah, da waren zwei, schade Ich bin auch gerade hier, Alter, der Modus der tut auch einiges abverlangen Man kann sich gar nicht so richtig auf Reden konzentrieren, ne? Ja, das ist schon schwer Aber nun sind wir YouTuber und wir müssen das tun Wir müssen definitiv reden! Blah, 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 blah Ich rede! Das ist meine, die Alien-Sprache Ich guck irgendwie ungeheuer viel, Alter! Hast du eigentlich schon den Alien-Modus gezockt? Ein Feind ist durchgebrochen! Ein Feind ist durchgebrochen! Wie süß, Alter! Ein, nein, zehn Stunden, Alter! Der, was? Drei zu zu vier, Alter! Das ist echt süß! Oh, wie süß die sind! Oh! Nein! Weißt du, was richtig geil ist? Was? Wo man vor seinen Augen sein rusht und dann einfach mal verschwindet und er sich nicht klingen konnte! Ja! Da hat der Nächsten geholt! Oh, Alter! Es war gerade übelst Bock! Ja! Haha! Wie geil, Alter! Oh! Oh! Ich liebe dich! Ich liebe dich, das Spiel, Alter! Das Spiel ist ja unnummern, Hammer, Digga! Ja! Oh, Alter! Wie ich gerade abgehe! Wie ich gerade abgehe, Digga! Los, Flex! Los, Flex! Schade! Ah! Mich! Die campen alle dabei! Ich finde dich okay, Alter! Safcon raus! 15,6! Wir müssen noch einmal reinspringen! Haben wir gewonnen! Er denkt ernsthaft? Er kann einfach durchrushen, Alter! Nicht mit mir! Ja! Glanatte! Komm, einmal schaffen wir das noch! Einmal schaffen wir das noch! Scheiße! Ja! 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 Wuuu! Geil, Alter! Zum Schluss ist auch nichts mit meiner Aufnahme passiert! Vielleicht werde ich auch nur die letzte Runde deswegen hochladen! Mal gucken! Weil bei meiner letzten Runde... Digga, Digga, Digga! Technische Fehler passieren immer mal! Ja! Es ist in Ordnung! Wie gesagt, ich kann echt nichts dafür! Ich habe alles neu gepatcht und so weiter! Aber gut, Leute! Der Part 3 ist in der Tasche! Wir sind schon in Level 8, Alter! Was bist du für ein Level? Hä? Du bist Level 5 noch! Ja! Ey, du machst noch viel mehr Kills als ich! Obwohl diese Runde ging echt eigentlich auch bei mir! 24, 15 geht! Ja! Auf jeden Fall ein sehr geiles Spiel! Lasst jetzt einen Daumen nach oben! Wenn euch diese Folge gefallen hat! Und ihr sie genossen habt! Oder ihr uns unterstützen wollt! Und guckt auf jeden Fall Part 2, Freunde! Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt! Weil der ist echt auch mega geil! Gestern haben wir ein Part 2 hochgeladen! Das war natürlich Samstag! Samstag ist nicht so viel los auf YouTube! So haben wir unsere Erfahrungen zwar gemacht! Aber so ist es halt! Und eine richtig witzige Folge, Alter! Haben wir uns tot gelacht, Alter! Richtig geil! Und ja! Mal wieder eine richtig geile Folge! Mit JoJo macht es extrem Spaß! Ich muss mich auch bei ihm mal bedanken! Hier so öffentlich! Und ich überlasse dir das Schlusswort! Ja, Freunde! Dann würde ich sagen! Wenn euch das Video gefallen hat! Wisst Bescheid! Gebt einen Daumen hoch! Oder nehmt euch das Leben! Es gibt genug Sachen im Haushalt! Und dann würde ich sagen! Bis bald! Aber nicht so bald! Und! Abonniert meinen Kanal für besseren Sex! Sorry! Abonniert meinen Kanal für noch besseren Sex! So! Und dann würde ich nur sagen! Drei! Zwei! Eins! Bis bald! Tschüss! 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 Ciao! Appfelt! So wie? Ciao!